Ich möchte mit euch nochmal über die Fujifilm X100V sprechen. Eine Kamera, die vielen jungen Fotografen Türen geöffnet hat, die eine Kamera gesucht haben für Street-Fotografie, Reportage oder Behind-the-Scenes, die sich nicht vorher mit Bildbearbeitung beschäftigen wollten oder konnten, die einen Look etabliert hat, der zu Recht bei Instagram und Co. für einen Hype gesorgt hat. Und diese Kamera hat jetzt einen Nachfolger bekommen, die X106. Ihr fragt euch sicherlich, was an der Kamera verändert wurde und was man überhaupt verändern sollte. Wir können euch sagen, das, was den Vorgänger schon ausgemacht hat, ist geblieben. Das Gehäuse, das Objektiv und der hybride Sucher. Wir konnten uns einen ersten Eindruck verschaffen und können euch sagen, auch im Inneren hat sich einiges getan. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann geht auf unsere Internetseite oder besucht uns doch einfach im Geschäft am Victoria-Luise-Platz in Berlin-Schöneberg. Wir freuen uns auf euch! Wir freuen uns auf euch!